Oh, jetzt deinen Kaffee, was ... ... Oh, ich glaube, ich darf es nicht zeigen. Oh, man ist gar nicht mit einer so einen Schwabenschau gespielt, im Publikum. Ach, so waren wir den Rinderknecht. Ich denke, ich muss keiniges mit wissen. Da verkaufen wir nur die Tür gegen die Türzeile. Wenn es so schönes Wetter ist, kriegt man noch ins rum, oder? Ja, könnte man. So könnte man, ist der Satan. Oh, so schönes ... ... schönes ... ... schönes Wetter ist ... Ach, komm mal rum, weil ... ... fangst du das ... ... Wetter! Du behörst, Alter! Wenn es so schön ist, gell? Du musst noch warten, bis der Nachfühl kommt, dann hast du alles abgestoppt. Hast du da gesehen? Hey ... ... schönes Wetter! Oh, das passt nicht zu dem schönen Wetter. Oh, 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 oh ... Die hoeren Macaronen, die haben die ganzen ... Die haben die ganzen Abend geflogen. Hey ... Der hat mich noch verschluckt. Hörsa-Ach, Hörsa-Ach ... Hörsa ... Also, was ich noch in das Ganze gesehen ... Oh ... Auf die Telefonnusine. Hallo ... Hast du nie mehr alle ... Gib mal nicht, du kannst ja rein, hm. Dann kannst du dir die Turisten eine kleine Angstkack auf dem da oben, hö? Ah, ja. Da ist der kleine Arme. Aha, mit der Hinne da. Mach's schon bei ihr. Mach's noch ein bisschen rum. Mach's dann wie der nächste. Oh, der ist dein Job. Den Kaffee machen wir. Ja, den haben wir auch gemacht. Weisst du, mit dem da? Wer willst du denn? Wer willst du denn? Wer willst du denn? Ich hab's mal wieder auf meine Seite. Ich habe auch nicht Schluss gemacht mit. Was wir präsentieren? Denen fehlt doch ein bisschen Luft. Oh, sympathischer Saufer. So ist Wetter, gell? Mh, die Höhlenhörte. Du mit deinen Spinsachen. Dagens. Mhoi-es. 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 Mh, ich hab's eben. Mh, ich hab's condensed. Mh, ich hab's mit dir. Mh, ich hab's damit. Kannst du auch gehen? Wenn es nicht von mir ist, bin ich auch von dem gelaufen. Stimmt. Und wenn es jetzt noch etwas Wichtiges wäre. Ja. Es ist nicht so wichtig, dass wir jetzt aufstehen und springen müssen. Das Geduld ist ihm für den Gminn. Ja, 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 ja. Das ist ihm für den Gminn. Oh, jetzt hat er die Pause. Jetzt hat er die Pause. Jetzt hat er die Pause. Was ist denn da rausgekommen? Ja. Und dann ist es bisches Hans-Bassi-Betnis-Donnelitz-Korets-Korets-Koreb. Nein, der hätte doch gerne keinen Buben sein. Der hätte keinen Buben. Nein, ja. Und dann ist es bisches Hans-Bassi-Betnis-Donnelitz-Korets-Meter. Nein, der hätte überhaupt keinen Buben. Der hätte keinen Buben. Nein, ja. Nein, nein. Er ist wieder einmal Geheurob. Oh, Geheurob. Hallo. Und wann denn? Eben, er ist ja nicht Geheurob. Ah. Schau doch an. Ich höre doch noch mal so gut. Was sagst du? Eben, Geheurob. Dann ist es bisches Hans-Bassi-Betnis-Donnelitz-Korets-Korets-Kore. Nein, der ist doch in Kanada. Was macht denn da in Kanada? Aber der Tote-Job-Fisch-Züchter. Hm. Und für das müssen wir einmal nicht auf Kanada. Warum? Dann könntest du überall hier unten auch nachdenken. Aber in Kanada ist es legal. Für mich nicht. Was? Eben egal. Nein, egal. Nicht egal. Nicht egal. Bitten, was siehst du jetzt deine Hörner? Eben, der Hans. Sieht doch nicht so weit. Dann leg doch deine Bräuern an, oder? Hm. Hm. Schon von Anfang an können ich sagen. Hm. Du meinst den Hans-Segger? Hm. Wie hättest du von Anfang an sagen können, dass das dein Bräuern ist? Ja. Oh, das ist mir. Ich bin nicht so weit.